Ich heiße Miriam Muñoz Roa. Ich bin Malerin aus Leidenschaft. Mit 14 Jahren habe ich meine Ausbildung in der Escuela de Artes Grafica in Santiago de Chile angefangen. Farben und Gefühle und ihr intimes Verhältnisse in meiner Welt. Ich entdecke immer wieder Neues. Eine große Entdeckung war die heilende Kraft der Kunst. Also habe ich Kunsttherapie gelernt. Mit Kindern arbeite ich am liebsten. Sie sind meine Inspiration. Ich möchte meine Stimmungen in Farbe verwandeln. Die Gemeinschaft! Med én Beschläge! Die Gemeinschaft! Ste 통at! iti